Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute, und zwar heute, ja, eigentlich wollte ich heute die 10.000 Kalorien in nur 24 Stunden Challenge online stellen, aber das Problem ist auf jeden Fall, dass Marvin schon wieder ein neues Video hochgeladen hat und ich war mit dem Schnitt bisher noch nicht so zufrieden, ich wollte da noch ein bisschen was dran machen. Auf jeden Fall, Leute, deswegen heute nochmal eine Reaction, dafür kommt morgen die 24 Stunden Challenge. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Freut euch auf jeden Fall drauf und Leute, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare, wenn sie gut sind, wenn sie dran und pinnen sie, um das mal nachvollziehen kann, von wie ich die Idee hab. Ja, heute eine neue Reaction auf das Video, Leute, ich bin sehr gespannt. Gebt ihr auch, wenn wir jetzt schon mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, abonniert kostenlos den Kanal, um nichts mehr zu passen. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, hier ist das Telefon und wir gehen rein in die Reaction. So, Leute, und natürlich, wenn ihr das ganze Video sehen wollt ohne meine Kommentare, dann schaut unten in die Videobeschreibung vorbei oder bei Ihnen auf dem Kanal. Dann seht ihr es auf jeden Fall, ich würde sagen, wir starten rein, let's go. Wo bin ich hier? Okay, ich würde sagen, jetzt ist Marvin zu Hause, also ihr könnt das schon sehen, Leute, ich dachte eigentlich, dass heute ein richtiges Video kommt, beziehungsweise ein, ja, ein Broadstars-Video. Jetzt haben wir hier nochmal die Story weiterführend, nice auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bisher finde ich das Color Grading im Dunkeln, also das ist ja im Dunkeln gehalten, richtig nice. Was ist der Schlüssel? Oh mein Gott, was machen meine Sachen hier? Ist das nicht Puky-Seine-Wohnung? Hä? Was ist das denn jetzt? Was machen denn meine Schuhe hier? Das ist doch alles mir aus. Das ist doch Puky-Seine-Wohnung. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Hey Leute, jetzt mal Wheel Talk, das ist doch Netflix oder nicht? Also das ist doch eine richtig nice Optik. Das Color Grading sieht gut aus, ist aber noch dezent, also sieht nice aus. Dies Video auf jeden Fall, beziehungsweise dieser Trailer ist das, denke ich mal, geht über vier Minuten. Das ist relativ lange, verhältnismäßig. Die letzten zwei Trailer gingen ja nur zwei Minuten. Was macht denn jetzt der Helium-Boxer hier? Das ist doch wie von vorhin. Ich verstehe gar nichts mehr. Ist das jetzt meine Wohnung? Ich muss den gleich auf jeden Fall anrufen. Hä? Das ist... Mein Gott! Was machen denn die Sachen hier? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was macht denn jetzt der Dianita-Merch in die Geburtstagsbox hier? Ich verstehe nicht, ist das jetzt meins? Bin ich hier eigentlich? Was macht mein Computer jetzt da? Ich verstehe gar nichts mehr, was ist passiert die letzten Wochen? Hä? Aber wenn das... Eigentlich steht Pucki seine Sachen auch hier überall. Und da ist ein Computer. Oh mein Gott, ich verstehe nichts mehr. Jetzt sind meine Sachen hier, es ist alles komisch. Aber vielleicht schläft er auch einfach nur. Ich gehe jetzt in sein Schlafzimmer ein. Vielleicht klärt sich jetzt alles auf. Pucki? 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 Schläfst du? Hä? Was ist das? Was machen meine Sachen hier? Warum ist alles durcheinander? Und wo ist Pucki? Das ist... Das kuschelt hier da, dieser Boxer. Er hat einfach keine Hose an. Das ist ein Schlafzimmer hier alles. Und warum liegen die hier? Also, ich weiß nicht, was los ist, ey. Muss echt jemand helfen. Ich muss den jetzt anrufen. So, ich ruf den jetzt an. Pucki? Jo, was ist da? Was ist passiert? Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin irgendwie... Ich bin hier in deiner Wohnung. Aber irgendwie ist es auch meine. Weil es sind meine Sachen hier drin. Es steht mein Computer da. Und ich bin jetzt hier drin in deinem Schlafzimmer. Und irgendwie sind meine ganzen Sachen hier. Es ist alles komisch. Aber es ist doch deine Wohnung. Oder was schlaberst du? Ich kenne Gott in meiner Wohnung. Am iPhone. Also, ich kann gerade mal gucken. Aber ich glaube, du bist nicht im Schlafzimmer. Du bist doch gerade gegangen und wolltest nach Hause. Ja, das bin ich ja auch. Aber ich bin irgendwie... Ich weiß nicht, was los ist. Nee, Papa, was du meinst? Du meinst, bist du in meiner Wohnung? Bist du in der Wohnung, wo ich... Also, die eigentlich meine Wohnung ist? Ja. Mein Gott, Tja, WTF? Das macht vorne und hin und gar keinen Sinn. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Was ist denn jetzt los? Bruder, ich war seit zwei Wochen nicht mehr in meiner Wohnung. Meine Wohnung wurde einfach gefühlt ausgetauscht. Ich habe keine Ahnung. Bei mir war das ja genauso oder so. Meine Augen. Warum bin ich in Köln und nicht mehr in Berlin? Tja, ich kenne gar nicht mehr, was hier abgeht. Kein Plan. Es ist alles ganz mysteriös. Ich bin so überfordert, ey. Ich auch. Verössern. Ja, lass morgen in die Übertreffer. Ja, unbedingt. Müssen wir. Ich würde jetzt einfach mal pennen gehen. Ich bin auch super fertig. Okay. Ich schlafe jetzt mal einfach hier. Ich weiß auch nicht. Dann mach das. Okay. Wir sehen uns. Ciao. Ich gehe jetzt schlafen. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Das macht dich. Das ist kein Sinn. Ich muss warten, bis Pukki morgen Zeit hat. Ich gehe jetzt. Ich gehe mich jetzt einfach hier hin. Warum liegen denn die ganzen Sachen hier? Und da ist auch noch ein Heliumbox da. Wie viele sind da da vorne? Hier ist noch einer. Zwei sogar. Wieso hat der keine Hose an? Meine Reden. Ich bin kaputt, ey. Scheiß Boxer, du musst jetzt auf mich aufpassen, bitte. Ich weiß echt nicht, was hier passiert. Ich muss das Licht ausmachen. Ich bin gefällig. Gott sei Dank. Oh nein. Der Boxer ist rausgefallen. Ja, was soll ich da so sagen? Also ich fand den Trailer relativ nice, muss ich schon zugeben. Bisher hat der mir von allen Trailern am besten gefallen. Also der erste war mir viel zu hektisch. Und den zweiten finde ich jetzt doch ganz gut. Das Colorgrading war auf jeden Fall on point. Ja, die Story ist auch ganz nice. Ich bin mir gerade, um echt zu sein, überhaupt nicht sicher, ob da jetzt wieder so ein weiterer Trailer kommt, der diese Geschichte weiterführt. oder ob da jetzt tatsächlich richtige Broadstars-Videos jetzt wieder starten. Bin ich mal gespannt, wie es weiter läuft. Ich würde sagen, das sehen wir ja eigentlich ja morgen. Und ja, also das ist schon ganz nice. Jetzt bin ich auch gespannt, was bei Pookie kommt. Ob er auch wieder davon vielleicht noch eine Weiterführung dreht oder auch mit richtigen Broadstars-Videos wieder durchstartet. Auf jeden Fall, ja, was soll man sagen? Wohnung mega nice. Und ja, das soll eigentlich auch das Video sein. Das ist so meine Meinung. Schreibt mal rechts unten in die Kommentare, welches Video fandet ihr bisher am besten. Also ich finde das hier bisher am besten. Diese, ja, der Stil einfach sieht mega nice aus. Und ja, jetzt hatte man indirekt ja eine kleine Roomtour, würde ich sagen. Und Leute, abonniert kostenlos den Kanal und nächstes auch was. Und gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und Leute, Videoideen unten in die Kommentare. Und, ne, könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen, wenn ihr möchtet. Mega nicer Content. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei der 24-Stunden-Challenge. Vielleicht kommt sie ja hoffentlich morgen. Und, ja, oder ich lade vielleicht heute noch ein weiteres Video hoch. Ich weiß noch nicht, muss mal schauen, wie es auf jeden Fall passt. Und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.